Wow, Alter, hab ich mich erschreckt. Warum? Keine Ahnung, das wurde bei mir richtig laut, bei dir nicht? Was war das, Alter? Pass auf, das ist die Lava, ne? Ähm, gut. Hier ist noch ein bisschen Nether-Zeugs. Ich denke, wir sind mittlerweile stark. Wir haben hier keine Probleme mehr im Nether. Wir werden ihn dominieren. Jetzt müssen wir nur noch wissen, was wir hier dominieren. Wir werden ihn nominieren. Dominieren. Domina, das, was du gerne zu Hause machst. Ist klar. Ups. Das ist, da ist doch wieder diese Brücke. Da, da will ich hoch. Oh boy. Ich hätte mir Dings mitnehmen sollen. Was? Steine zum Hochbauen. Kannst ja Nether-Zeugs benutzen. Ja, ich will nicht wissen, was oben auf uns wartet. Ich hab Angst. Ich auch nicht. Aber wir sind ja jetzt ein bisschen besser vorbereitet. Und failen trotzdem. Wahrscheinlich. Aber das darfst du nicht vorher bestimmen so. Das wäre, also vorher schreien. Wie nennt man das nochmal? Provozieren, Produzieren. Ne, nicht Produzieren. Hervor. Nicht hervor. Ich weiß, was du meinst. Gut. Jetzt kann ich, jetzt werde ich ständig daran denken müssen, wie das heißt. Uns fehlen beide die Worte. Das ist. Nicht provozieren, sondern hervor. Herbei. Herbei irgendwas. Ja, komm. Hast du noch genug, Steine? Wie heißt das? Ich kann jetzt nicht... Nicht drüber nachdenken. Und dann fällt es dir irgendwann ein. Ich hab übrigens keine Spitzhacke mehr mit. Hast du noch eine Ersatzspitzhacke? Ja, das ist aber mein Ersatz, die ich jetzt schon benutze. Gut. Haben wir uns hier wieder top vorbereitet. Wo bist denn du? Ich komm, warte. Ich hier. Wobei, hier sind wir ein bisschen drunter, ne? Ich glaub, hier müssen wir sie bauen. Ja. Wieso nicht wieder hier? Wo wir es beim ersten Mal auch gemacht haben. Sind hier noch unsere Wege? Ach so. Ja, ich weiß nicht, ob ich genug hab. Wie viel hab ich? 64. Okay, das sollte reichen. Ist das jetzt Erde? Ja, ich benutze Erde. Gut. Ich dachte schon, ich benutze irgendwie was Wertvolles. Bevor du oben bist, am besten noch mal was essen. Nicht so wie ich. Ich hab grad schon. Gut, ich bin oben. Moment. Wie war das? Hier darf man jetzt auch keine Fackel absetzen? Weiß nicht. Das ist hier Stein, also nicht Ziegelstein. Also sollte eigentlich funktionieren. Und bis hier Sattel gibt. Markus interessiert sich nur noch für Sattel. Läufst du mir hinterher? Ja. Hier war ein komisches Geräusch. Oh. Aber berinnt. Was? Oh oh. Ich hab Angst. Komm beim Horror-Let's Play. Gut, dass ich keine Facecam dabei hab. Hier ist nix. Na. Dafür müssen die anderen aber auch ablaufen. Nicht, dass wir irgendwas übersehen. Boah, dieses... Das ist so creepy hier, dieses Geräusch. Na, hinten brennt irgendwas. Und es kommt auf uns zu. Oh oh. Da kommt irgendwas brennendes auf uns zu. Soll ich schießen? Ja, ich muss schießen. Er schießt auf uns. Äh, ich brenne. Das ist, weil du so heiß bist. Tot. Tja. Oh oh oh. Tja. Bad was trainiert. Nö. Hier ist auch nix. Also das hier ist wohl scheinbar ne Sackgasse. Oder hast du... War hier links was? Ne, ne? Nein. Da ist nix. Was ist das? Lars, aufpassen. Das ist so ein kleiner Feuerfrosch oder so. Hast du deinen Bogen mit Stärke versaubert? Nein. Hättest du vielleicht noch... Hätten wir vielleicht vorher tun sollen. Ja. Boah, Alter, warum ist hier so schnell das Essen oben weg? Gerade hätte ich noch vor, dass ich am Rand stand. Ich hab Angst. Da sind irgendwelche dunklen Männer. Sonst hängst du immer denen ab. Lass die Liede nicht eingreifen. Hallo. Oh. Oh, der begrüßt sogar zurück. Nett, die Leute. Ich hab immer noch ein bisschen Angst, wenn ich an denen vorbeilaufe. Dass die auf einmal Stimmungsschrankung kriegen. Gibt's nicht auch welche Tempel oder sowas? Ich meine irgendwas gelesen. Irgendwas war da, aber ich glaub, wir müssen hier erstmal woanders hin. Was ist denn links? Ach so, das ist... Warte, links sind da Möbel? Was ist das? Ja, ich seh's auch, aber da müssen wir von hier rum. Da kommt schon wieder so ein Feuerviech. Aua, du hast mich beschossen. Du bist mir in die Schussbahn gelaufen. Ah, du hast einen anderen getroffen. Nein. Au, au, au. Ich brenne. Ah, hinter uns. Ah. Alter, diese Viecher. Wow. Von rechts, jetzt geht die Party ab hier. Ja. Ja. Ich brenne. Ich bin ganz schön aggressiv. Ich brauche viel zu lange zum Anvisieren mit dem Feuer. Wann geht das Feuer eigentlich aus? Nach einer Zeit. Spiel mit dem Feuer? Aha. Das sind keine Möbel, das sind Zombies. Das sind ein bisschen Skelette. Wow, zwei Stück von denen. Lala, weg. Oh Gott, bei dir auch? Einer. Ich habe nicht mehr so viele Pfeile. Alter, wie viele sind denn da? Sehr viele. Ich habe das Gefühl, da spawnen immer mehr. Werden uns Feuerschutz oder so drauf hauen sollen. Ja. Ich habe noch zehn Pfeile. Hier ist auch so ein Monsterspawner. Ich mache den mal kaputt, ne? Mhm. Hier ist ein Hit. Nein, fuck. Ich habe die anderen geschlagen aus Versehen. Toll. Pass auf jetzt mit dem Essen. Immer was zu essen. Ja. Jetzt hat die ist auf mich abgesehen. Oder auf dich jetzt auch. Ja. Danke, dass du mein Leid mit dir teilst. Den Monsterspawner auch kaputt machen. Warte, greif du noch an. Warte, warte. Toll, du schlägst ihn auf mich gerade an. Es ist... Schlimm hier oben. Da ist aber auch noch was anderes. So ein schwar... Ich brenne. Die Stärkeversauberung auf meinem Bogen bringt gefühlt gar nichts. Das Schwert hat aber ordentlich rein. Einschlag und die sind alle tot. Ich frage mich gerade, warum dieses... Welche Schärfe hast du drauf? Vier, ne? Ich habe nur zwei. Haben wir hier hinten schon? Hier ist nichts, glaube ich. Oder? Ne. Ich höre nur komische Geräusche. Ja. Die wissen, dass wir da sind. Ich habe Angst, wenn wir irgendwann nach Hause müssen. Wir sind schon wieder beschossen. Au. Das ist mies, dass wir gleich keine Pfeile mehr haben. Hm, viel hast du noch? Hm, 28. Na, ich habe neun. Hm. Wie bauen wir uns eigentlich wieder runter? Das überlegen wir uns, wenn es soweit ist. Ah, hier ist ne Treppe oder sowas. Ich gehe mal runter. Mal gucken, was hier ist. Cool. Hier geht es in der Tarte tiefer. Die greifen uns hier nicht mal an. Das ist gut. Das ist schön. Was ist hinter mir? Ja, er guckt mich böse an. Aber er lässt es sein. Ich gucke jeder böse an, Lars. Wo? Der hat man gar nicht gesehen, Alter. Ja, der ist ja auch schwarz. Rassist. Wieso? Der war ja schwarz. Warum verliere ich Leben? Du bist vielleicht vergiftet? Wo ist meine Milch? Jetzt gehe ich nicht mehr. Merkwürdig, hier ist eben was. Vielleicht war es irgendwie so ein Schlag, der im Nachhinein noch was abzieht. Mann, sein. Hier unterm Seelensand geht es rein. Und dann geht es hier wieder hoch oder so. Gehen wir einfach mal. Vielleicht finden wir einen Sattel. Ich glaube, wir werden nie wieder nach Hause finden. Dann werden wir nicht mehr. Hier ist irgendwas Interessantes. Ein Block in der Mitte und eine Kiste. Oh mein Gott, eine Kiste. Gold. Einen Sattel. Ja. Ernsthaft? Ja. Und Diamanten-Pferden-Rüstung. Und ich komme nicht mehr nach Hause. Nein. Ich komme nicht mehr nach Hause. Checkpoint und ich komme nicht mehr nach Hause. Mann, warum lässt du mich denn nicht reingucken? Ich meine, du kannst die Sachen ja haben, aber das wäre doch für die Zuschauer. Sonst sagen die gleich, wir haben das erschietet oder so. Oh Mann, wir kommen nicht mehr nach Hause. Und ich habe die besten Sachen. Essen? Hier ist auch noch eine Kiste. Du darfst. Toll. Goldschwert und Goldbarren. Geil. Da ist noch eine. Du darfst. Warte, ich muss erst mal was essen. Ich bin schon zufrieden. Ich brauche nichts mehr. Ist das nicht die gleiche wie gerade? Da bin ich gerade was da oben. Diamant und noch ein Goldschwert. Mein Gott, was soll ich denn mit den ganzen Goldschwertern? Da sind die Kisten ja fast wertvoller, wo man die drin aufbewahrt. Das bringt uns aber nicht viel, wenn wir nicht nach Hause kommen. Also bevor wir nicht einen zweiten Sattel haben, gehen wir bestimmt nicht nach Hause. Können wir aber nicht hier noch einen Händler-Ding spawnen, wenn man es nach Hause bringt? Theoretisch wäre das gehen. Hier ist noch eine Kiste, Lars. Dafür hätte man Sachen mitnehmen müssen. Wo? Lars, zurück und dann links. Hä? Wo? Ich sehe dich nicht. Hier, zurück, hier, umdrehen. Umdrehen. Ich hatte schon Angst. Hier rechts. Was haben wir denn hier gefunden? Wie, was haben wir hier gefunden? Eine Pferderüstung, eine goldene. Ja, ich habe eine Diamanten. Und was für einen Sattel hast du? Einen Sattel? Ganz normal, Sattel einfach. Noch ein Diamant und... Oh Mann, alles, aber keine Pferderüstung verflucht. Du hast doch eine Pferderüstung, Sattel, Mann. Kein Sattel. Was soll denn das? Kann doch nicht sein. Ich glaube, wir machen hier nach... Wobei, hier waren wir noch nicht, ne? Was ist eigentlich hier? Hier ist mal wieder raus. Hier ist ein Balkon oder sowas. Ich bin fast der Meinung, wir sollten die Kisten abbauen, damit die irgendwie... Wir wissen, welche wir schon angeguckt haben. Alter, was ist ein Labyrinth. Hier geht's auch nicht weiter. Wir sollten nachher, wo du gerade warst, um da weiterlaufen, ne? Wo war das denn? Ja, hier. So weit habe ich noch die Orientierung. Hier habe ich dich gefunden. Hier ist ein Raum. Boah, gehen wir mal hier oder so. Hier gab's eine Treppe. Moment, ich will gucken, hier ist noch eine Kiste. Hier sind zwei. Drei Kisten. Alter. Was ist? Ach so, ne. Die sind nur dunkel gefärbt. Drei Kisten, Lars. Wo bist du? Ich kann nicht. Ich werde verfolgt. Oh, übel. Diese komische schwarze Viech war da oben. Oh, oh, oh. Da kommt einer. Der reif ich. Ich glaube, der... Drei Kisten. Hinter jeder Ecke einer. Jetzt muss ich einen Sattel finden. Ich mache einen Typen so lange fertig. Ja, ich habe einen Sattel. Oh, Mann. Jetzt greift mich die andere noch an. Weil ich in der Nähe standen. So, jetzt muss ich hier. Hast du einen Sattel? Ja. Aber ich habe erst die erste Kiste. Das war mir gerade zu aufregend hier. Noch eine goldene Pferderüstung. Oh, ich weiß nicht, was ich wegschmeißen soll. Schmeiß ich das weg? Ich habe noch ein bisschen Platz, wenn du willst. Goldbarren. Ne Goldschwerter lasse ich schon drin. Noch einen Sattel. Ja, ist klar. Weißt du? Ich habe keinen. Ich weiß nicht, was ich da lassen soll. Hilf mir mal. Ach, die Schere brauche ich nicht. Ich überlege, ob ich das Obsidian mitnehme. Damit wir zur Not irgendwie vielleicht ein neues bauen können. Können wir dann zurück? Ja, wenn du ein neues... Dann entsteht ein neues Nether-Porteil. Und entweder, wenn du weit genug vom anderen weg bist, entsteht oben auf der Oberwelt ein neues. Aber das ist ja egal. Hauptsache, man ist da. Ja. Oder wenn es noch nah dran ist, kommst du quasi durchs Gleiche zurück. Ah, okay. Aber ist das genug Obsidian? Nein, dafür brauchen wir zehn. Und wir haben jetzt drei. Geil. Und wir haben nicht mal ein Feuerzeug, ne? Ne. Aber für den Fall der Fälle. Lass uns mal hier hochgehen. Mhm. Aber pass auf. Da waren böse Sachen. Warst du hier schon? Nein. Ich guck jetzt auch mal wieder in die Kiste. Die ist leer. Oder waren wir hier schon? Die ist auch leer. Dann waren wir hier wahrscheinlich schon. Waren wir wahrscheinlich schon. Wir müssen hier raus. Ich will jetzt erstmal wieder in die normale Welt. Ja, aber wie? Wow. Ich weiß es nicht. Tut mir leid. Hier ist falsch. Wir müssen wieder runter. Ich finde mich hier überhaupt nicht mehr zurecht. Was ist denn das hier? An der Treppe wieder. Warte kurz stehen bleiben. Wo bist du? Du bist in die Sackgasse gelaufen? Bleib stehen. Bleib stehen. Ach hier, okay. Da ist ein Ausgang. Aber halt nicht der Ausgang, den wir benutzt haben beim Anfang. Ja, aber irgendwie müssen wir... Hier schießt irgendwo, wer auf irgendwas... Lass uns lieber versuchen, den alten Ausgang zu finden. Sind wir nicht von oben hier reingekommen? Ich weiß es nicht. Wir sind durch so einen Tunnel nicht hier reingekommen, meine ich. Warte, das habe ich hier schon mal gesehen. Leute, schreibt uns in die Kommentare, wie man sich hier besser zurechtfindet. Das ist ja unerzählig. Warte, wieso sind die Kiste, die ich als erstes gefunden habe? Waren wir vielleicht doch hier durch? Dann müssen wir... Sind wir hier nicht oben, hier, runter? Ich gehe jetzt hier raus, mein Gott. Das hat eh keinen Sinn. Moment. Hier rechts? Ja, entweder da oder da, wo ich gerade war. Weiß nicht, mir egal. Geh vor. Mal sehen, was wir essen. Boah, die Geräusche machen mich ganz wahnsinnig, die hier überall sind. Ja. Wo bist denn du? Ja, hier rausgegangen. Durch das Schmallding? Nein. Hallo, hinter dir. Dann gehen wir jetzt hier raus. Echt? Nicht angreifen, meine Freunde. Wir tun euch nichts. Sicher, als ob wir jetzt jemals nach Hause kommen. Hm. Irgendwie schaffen wir das schon. Boah, 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 boah. Boah, 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 alles böse. Sneaken. Äh. Wir hängen hier ein bisschen fest, ne? Bauen wir uns drüber. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass ich da in der Lava... Bauen wir alle drauf und zu? Warum? Ich habe nichts gemacht. Ich auch nicht. Wie gut, dass wir so gut ausgestattet sind. Mhm. Ja, hier irgendwie hat das keinen Sinn, wenn wir hier lang gehen. Nichts. Was hier unten? Ja, du schon wieder, du scheißdreckst du dich. Boah, ne Falle, Alter. Ich muss noch echt aufpassen. Wie ne Falle. Also nicht ne Falle, aber nichts. Und dann läuft man da enthusiastisch und dann ist ein Loch zu Lava. Ah, wir... Ich... Komm hier raus. Ups. Ich sehe nichts, wenn du da... Ich werde von dem was geschlagen. Ja, das war ich, weil ich nichts gesehen habe. Alter, ist hier oben viel. Wow. Oh, übel. Nicht runterfallen. Abenteuerzeit. Äh... Ja, ich glaube nicht, dass wir hier lang gegangen sind. Bist du hinter mir? Ich war es gerade noch, aber... Hier ist es eine Sackgasse. Geil. Da könnte man sich gut verstecken, wenn man ein Verbrechen begangen hätte. Ja. Das kommt mir irgendwie nicht bekannt vor. Cool. Hier muss es doch irgendwie... Das ist ja scheiße. Hier runterspringen. Ich habe Angst. Dann sind wir schon mal auf dieser Ebene hier. Boah, das ist mal ein fettes Ding. Waren wir da drin? Mit den Fenstern? Da, wo das Lava runterkommt. Ich glaube, ja. Ich würde trotzdem erstmal lieber in die normale Welt zurück und den Sattel... Ja, ja. Ich ja auch. Aber... Und Pferde jagen. Dann müssen wir erstmal irgendwie zurückkommen. Ja. Ich würde sagen, wir springen erstmal runter. Dann sind wir erstmal mit dieser... ...normalen Ebene. Wir sind ja eh hochgeklettert. Ja, die Frage ist, inwieweit wir das schon ausgeglichen haben bis jetzt. Aber ja, lass uns runter. Lalalala. Aua. Vier Herzen. Ich bin sehr froh. Überleg mal, die Dinger würden uns jetzt noch alle angreifen. Ja. So, hier ist schon mal irgendwas. Du bist... Warte, aber hier dieses Meer. Haben wir das nicht gerade von oben irgendwo gesehen? Von da oben wahrscheinlich, oder? Ich habe von oben nicht runtergeguckt, wenn ich ehrlich bin. Wo ich noch meinte, nicht die Fackeln setzen, sonst fallen wir runter. Glaubst du, das war auf der anderen Seite? Ähm, ich habe keine Ahnung. Sehr gut. Sehr gut. Das nächste Mal kaufen wir uns ein Navi. Ja, das Problem ist, ich glaube, die Karten sind nicht sehr aktuell für die Gegend hier. Bist du noch hinter mir? Ja, gut. Geil, dass wir weiter ins Nirgendwo gehen. Ich bin mir halt nicht sicher, in welche Richtung... Wir haben absolut die Orientierung verloren. Wir können nur mit Glück zurückkommen. Ganz ehrlich. Obsidian. Wo findet man welches? Und ein Feuerzeug und so. Ja, wahrscheinlich darf... Um Obsidian zu finden, müssten wir jetzt... Warte, hier kann man nochmal ein Feuerzeug machen. Aus Feuerstein und irgendwas, ne? Eisen und Feuerstein. Wie gut, dass ich kein Eisen dabei habe. Doch, acht Stück. Huh. Ein Feuerstein. Hast du Holz dabei? Nein. Gut, dann können wir eh keine Werkbank machen und damit hat sich das Ganze sowieso erledigt. Nein. Ich renne jetzt einfach mal in die Richtung hier und hoffe, dass ich gleich irgendwas sehe, was mir bekannt vorkommt. Ja, hier kommt ja auf jeden Fall irgendwas bekannt vor. Hier, wo alles so unterschiedlich ist. Ja. Hier kommt mir leider nichts bekannt vor. Hier kommt man aber auch nicht drüber. Hier ist nämlich komplett Lava. Hätten wir jetzt ein Boot... Ich glaube, das ist die Ebene oben, wo wir waren, oder nicht? Keine Ahnung, hier sieht alles gleich aus. Ja, toll. Du bist mir wieder eine sehr große Hilfe, mein Freund. Ich wüsste den Weg. Hallo? Wissen Sie, wie man hier wieder zurückkommt? Nein, Entschuldigung, ich bin nicht von hier. Oh Mann. Ich vermisse unsere Kühe. Ich nicht, ich vermisse nur die Pferde, die wir bis jetzt immer nur getötet haben. Bist du noch hinter mir? Waren wir nicht schon gerade hier? Ich weiß es nicht, ich gehe einfach hoch. Von oben hat man eine bessere Übersicht. Theoretisch. Toll, jetzt sind meine Spitzhacker auch noch kaputt. Dein letzter? Ich glaube, das könnte uns helfen. Vielleicht. Ja, ich hatte nur die eine mit. Hm. Alter, hier waren wir drin. Wir haben bestimmt nicht alles gesehen. Egal, wir haben das, was wir brauchen. Ich dachte, ja, ich hatte die Hoffnung, dass hier oben jetzt das Portal ist. Ja, so schnell glaube ich nicht. Okay. Ähm, nach da. Ich meine, ich würde ja sagen wollen, dass hier irgendwas bekannt aussieht, aber. Vor allem habe ich keine Ahnung, wie oft zum Beispiel Seelensand ist, ob da alle fünf Meter vorkommt. Dann bringt das halt auch nichts, wenn wir denken, es kommt uns was bekannt vor. Hm. Warte, hier waren wir doch schon gerade, oder nicht? Was? Ich komme ja auf jeden Fall so bekannt für diese kleinen Plattformen. Ähm. Warte, das ist Lava. Oh Mann. Wieso haben wir nochmal nicht irgendwie einen Weg aus Brotkrumen gelegt oder so? Genau. Nein, ernsthaft, irgendwie so Eisenerzblöcke oder so alle hundert Meter oder so. Sollten wir uns für das nächste Mal merken. Da gibt es bestimmt eine elegantere Lösung. Ich weiß nicht, spenden wir die Aufnahme und weinen in der Ecke, oder? Ich wäre dafür, wir machen das. Okay, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dann werdet ihr fragen, ob ihr lebendig hier jemals rauskommt. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.